Die großen Dichter der französischen Literatur Das Lernen bei Raphael Artoll Als ich das Haus erkundete, erregte ein Duft meiner Aufmerksamkeit Der eigentümliche Duft einer Frau aus der Mittelschicht Findest du es nicht schockierend, dass ein 16-jähriger Schüler sowas schreibt? Nein, nein, das schockiert mich überhaupt nicht Du hast Talent Nein, es mienlos, obwohl er dich über seinen Freund und dessen Mutter lustig macht Zurück bei der normalen Familie helfe ich erneut Raphael Hey, hey! Sollte das eine Parodie werden? Was selten ist, ist, dass jemand möglichst nah an die Figuren kommt Wieso hast du ins Präsens gewechselt? Für mich wird es so möglich, im Haus zu bleiben Ich verstehe nicht, was du willst Ich versuche, ihm was beizubringen über Literatur Du musst dir eine einzige Frage stellen Wie geht die Geschichte weiter? Er hat ihnen beim Sex zugesehen Aber das sind doch Kunstfiguren, Jeanne Die Sache klingt glaubwürdig Und von Mal zu Mal gefährlicher Du bist zu weit gegangen Sie haben mich doch dazu gedrängt Vergiss dir, Haffas Ich will weiterschreiben Das geht nicht gut aus Ich spüre es Das geht nicht gut aus Sie haben mein Ton öffentlich erniedrigt Sie haben Scheiße gebaut Ich habe nur seinen Aufsatz korrigiert Er manipuliert dich Du willst ihm was beibringen Und er erteilt dir eine Lektion Ich mache mich auf die Suche nach einem Schluss Einem Schluss für Monsieur Gemma Einem Schluss für meinen Lehrer Das geht nicht gut aus Untertitelung des ZDF, 2020